So ein altes Spiel im Trend, jetzt geht's richtig los mit Let's Play Brick Force, ein 1 gegen 1, ihr habt es gewünscht, Gespenst hat mich angeschrieben, hey hast du Bock auf ein 1 gegen 1, hab ich gesehen, 80%, 80,84 sogar, KD, also das ist schon ein sehr guter, erfahrener Spieler, auf der Map Dark Sponge, so wie SpongeBob nur normal, da hab ich echt Bock drauf, mein erstes 1 gegen 1 jetzt, ganz ehrlich, hab ich noch nie gemacht vorher, jetzt bin ich echt gespannt, ich bin auch ein bisschen nervös, also, ja, die Map ist so wie SpongeBob, nur in Dunkel, mal schauen, ob ich mich jetzt hier extrem zum Affen mache, oder ob das eine spannende Partie wird, wow, also Gespenst ist, so wie ich, sehr gut aus, wow, wow, da hab ich ihn jetzt nicht erwartet, wow, sehr gut ausgerüstet und hat auch Heiltränke und alles, pipapo, also, so wie ein, ein, einfach ein Spieler, der, ja, sehr viel zockt, sich die ganzen, Tränke und alles leisten kann, wow, 1 zu 1, echt eine spannende Runde, wie ein Fußballmatch, also, ich bin jetzt, meine Hand zieht auch ein bisschen und, obwohl ich, oh, schon, keine Ahnung, 600, 700 Videos gemacht hab, wow, hab ich jetzt doch ein bisschen, wow, ein bisschen Angst, oh, wieso trifft er mich und ich treffe ihn nicht, wieso trifft er mich und ich treffe ihn nicht, wieso trifft er mich und ich treffe ihn nicht, ist er hier oben, oh, Mann, das ist wie Slender, oh, mein Gott, ich weiß seine Schritte, wo ist er, oh, nein, oh, mein Gott, ich muss echt, ich muss echt mehr draufbleiben auf der Taste, Nein, 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 das war schlecht von mir, das war so schlecht von mir, oh, übrigens, ich kenn diese Map nicht, ich hab sie nur runtergeladen, weil ich sie gesehen hab in den Charts, Mann, 2 zu 2, das ist echt, meine KD ist übrigens bei 70, 71 kommt irgendwas und er hat eben 80, also, da merkt man schon, Boah, da hat er mich jetzt erwischt, wuhu, so, 3, oh, und ich respawn immer bei ihm, wo ist er? Da kann man nach hinten, das kenn ich ja gar nicht in dieser Map, okay, Dark Sponge, ziemlich cool, ein verbessertes SpongeBob, oh mein Gott, jetzt hab ich echt Angst, Das ist echt mal hart gegen hart, in so zufälligen Räumen macht ja jeder irgendwas, aber jetzt, boah, das ist heftiger als ein Clan-Match in meiner Hand, ich kann sie gar nicht drückhalten Wo kann er nur gespawnt sein? Hier treibt er sich herum Okay, Feind gesichtet, wir haben uns gesehen Was wird er machen? Ah, ja, wo bist du? Oh, er war drinnen Nein, nein, Schilling, du bist so dumm Ah, geh auf der anderen Seite, aber hier müsste ich ihn durchsehen, oder? Ich höre so, was? Ah, oh mein Gott, ich treffe echt gar nichts, schaut euch das an Woo, Schilling macht sich zum Affen Ausgabe 1 Jetzt überall, wo es Spielwaren gibt Ha, jetzt steht er Ich stehe auch Ich schleiche einfach Aber ich habe nur noch 5 Minuten, oh mein Gott Ich höre ihn Oh mein Gott, ist er oben? Leute, sagt mir, ist er oben oder nicht? Er wird mich gleich zerlegen Komm bitte, stirb, 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 stirb Ja Nein, jetzt falle ich runter und verliere Schaden Oh mein Gott Aber nur noch eins im Rückstand Ich muss wieder, ich muss wieder Gleichstand Rausholen, weil sonst Lastet der Druck zu groß auf mir Meine ganze Brickforce-Ehre Hier bist du, hier bist du Nein, so knapp Aber seine Rüstung ist weg Seine Rüstung ist weg Die kann man nicht aufheilen Oh, hier ist er, hier ist er irgendwo Wo war er? Nein, er muss hier sein Oh, der verschwindet immer so schnell Der macht das ganz schön gut Gespenst Verschwindet wie ein Gespenst Oh, Dark Sponge ist echt ne Ziemlich düstere Map Eine ziemlich düstere Map Gespenst Wo bist du nur? Sag es mir Sag es mir Da bist du Da bist du doch Da bist du doch Und meine Rüstung ist auch weg Oh, bei dem muss ich echt im Dauerfeuer draufbleiben Glaube ich Nicht immer nur so Einmal klicken, wie ich das normalerweise mache Oh, jetzt brauche ich ne Heilung Jetzt brauche ich ne Heilung Mit 54 KP ohne Rüstung Bin ich sonst da Und schnell darauf Schnell darauf Da kann er nicht kommen jetzt Welcher Seite Welcher Seite Kommst du? Nein Oh mein Gott Er ist runtergefallen irgendwo Aber das zählt keinen Tod? Was? Wie geht denn das? Das finde ich gerade unfair Wieso bekomme ich dafür keinen Punkt Obwohl er runtergefallen ist? Das verstehe ich gerade nicht Ja, die Granate hat ihn erwischt Granate Ich liebe dich Ich bist das Einzige für mich Die anderen Hab ich alle satt So schnell Oh Mann Ich dachte der steht noch im Haus drin Schilling 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 Oh meine Hand Da hat der eine Tod nicht gezählt Wo er runtergefallen ist Das wäre so schön gewesen Wo kommt er jetzt raus? Wo kommt er jetzt raus? Wo kommst du raus? Ich täusche an mit einer Granate Die total irgendwo hingeht Einfach nur Oh mein Gott Oh mein Gott Wie unnötig das ist Was ich gerade mache Oh Ich muss meine Warpies einsetzen Ich muss beim nächsten Mal jetzt meine Oh Oh Der nein Er hat mich getroffen Oh Oh hier oben Oh Der hat das Zum Nachfüllen der Granaten Okay jetzt Wo bist du hin? Du kannst Du musst hier rauskommen Oder? Okay er ist noch hier oben Oh Oh Mann Nein 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 6 HP 6 HP Wir beide trauen uns nicht drauf Wir beide Oh das wird Aber eigentlich Oh mein Gott Ich bin blöd Ich bin extrem blöd Er ist ja im Vorsprung Er muss ja gar nicht kommen Oh Ich bin echt doof Was? Wo ist er? Ist er schon unten? Was? Zum Henker Nein So knapp Nein Jetzt kann ich es vergessen Eine Minute noch Wieso spawne ich hier oben? Wieso spawne ich hier oben? Nein Und ich falle auch noch runter Oh Stirb Nein Aus Aus und vorbei Aus und vorbei Aber es gibt Revanche Zweite Runde Zweite Runde ist Hier kann man auch durchgehen Oh mein Gott Ist die Map krass Oh nein Gespenst Ich habe Angst Ich habe Angst Ich habe Angst Ich habe Angst Oh ja Oh Gott Noch die Ahre gerettet Komm Noch 13 Sekunden Wo bist du gespawnt? Oh hier spawnt er ja Oh verwechselt Oh nein 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 8 zu 11 Aber Eigentlich 9 zu 11 Weil er ist hier runter gefallen Und das hat irgendwie nicht gezählt 8 zu 11 Aber bei ihm steht 9 Naja okay Äh Rematch Frage ich ihn Und Nehm eine andere Map Weil er wird sicher ja sagen Boah Das war echt spannend Also das hat mich so richtig gefordert Das ist gerade meine Hand Das ist unglaublich Aber Bei 1 gegen 1 Will ich eher eine kleine Map Aber ich muss natürlich eine nehmen Die er auch kennt Weil sonst ist das unfair Was haben wir denn hier Das wäre interessant Mal schauen Kennt er die Und ich schaue in der Zwischenzeit In mein Inventar Ob noch alles passt Aktionsleiste 266 131 Wieso Sollte noch passen Kennst die Soll ich eine andere Nehmen Was habe ich Ich habe so viele Maps Es ist einfach unglaublich Okay Sky Garden vielleicht Oder Moment Warzone Na Warzone ist so klein Das die da findet man sich nicht Sky Garden Ich will mal neue ausprobieren Okay Dann los Boah Jetzt muss ich mich echt mal abchillen Das gibt es ja nicht Ja Ist ein LP So Emerald Das ist nämlich eine ziemlich kleine Map Die habe ich schon ein paar Mal gespielt Auch im Let's Play Und da findet man sich leicht Und Ich finde bei einem 1 gegen 1 Sollte es Nicht so eine riesige Map sein Boah meine Hand Das ist unglaublich Es ist echt Ich will das Ich will das nicht als Ausrede sagen Oder so Aber es ist Es ist einfach Oh Komm Nein Wieso hat er den ersten Kill Das gibt es ja nicht Das gibt es ja nicht Oh Gespenst Hut ab Echt Hammermäßig Wo ist er hin Oh mein Gott Ich dachte wenigstens hier finde ich ihn Endlich mal Und ich habe noch Rüstung So Schilling holt auf Es wäre echt Das wäre echt cool Wenn es 1 gegen 1 Also 1 zu 1 ausgehen würde Weil ich mag das ja generell nicht So diesen Schwanzvergleich Oh mein Gott Ich bin besser Und der ist der beste Brickfoss Spieler Und der ist der allergrößte Ich habe das ja noch nie behauptet Ich will das ja auch Oh er steht Er steht Nein Und ich treffe gar nichts Ich will das ja auch gar nicht sein Und das bin Ich bin auf keinen Fall Das ist mein allererster Shooter Habe ich schon tausend Mal gesagt Und ich will auch nicht der Beste sein Oder irgendwas Aber ich finde einfach sowas spannend Sich auch mit den Besten zu messen Und Oh Und alles zu geben Und alles rauszuholen Nein Jetzt habe ich ihm nicht mal Rüstung abgezogen So ein Mist aber auch Sehr kleine Map hat er geschrieben Ja Oh Das war jetzt wenigstens Halbwegs in Ordnung Ja So endlich mal Gleichstand Das gibt es ja nicht Treffe ich da jetzt rein Aber er Oh er kommt hier Er kommt hier Oh ich habe mich zu früh angekündigt Nein Nein Boah das ist echt hart auf hart Weil man sieht immer Er macht auch diese Heilungen Aber klar So spielen einfach die Erfahrenen Spieler Die alles aus dem Game rausholen wollen Und ich sage jetzt nicht Du bist dein Noob Heiler Oder irgendwas Weil ich mache es ja selber Ich finde das echt Das macht es echt Extrem spannend So eine Runde Wo kommt er Wo kommt er Da hinten ist er Ich habe ihn gesehen Da kommt er Hier bist du Komm Er kann da sowieso nicht raus Er ist hier gefangen Er kann Du kannst da nicht Oh Jetzt hätte ich die Möglichkeit gehabt Nein Das gibt es nicht Nein Ein HP Oh mein Gott Jetzt lasse ich ihn aber kommen Vergiss es Ich präsentiere mich dir hier nicht Immer die ganze Zeit Oh jetzt muss ich warten Bis dein Heiltrank Wieder geht Weil sonst Boah das war Ah Was sind das für Granaten Nein Ich check diese Stahlstäbe Nicht Die sind so dünn Und immer Treffe ich genau Auf die Stahlstäbe Auf diese Verstrebungen Oh mein Gott Jetzt aber Vergiss es Wo läufst du hin Oh das war nicht gut Das war gar nicht gut Nein Ich will jetzt nicht In den Rückstand gehen Das wäre jetzt Mein Tod Komm Ziel genauer Ziel genauer Und zwei Punkte im Rückstand Wo respawnst du Ich will hier nicht spawnen Ich hab so Angst Ich hab so Angst Ja Und noch 52 Rüstung Sauber Sauber Da muss ich mich selbst Jetzt mal loben Obwohl ich fett im Rückstand bin Hier ist er Hier ist er Jetzt verstecke ich mich mal Hinter diesen Verstrebungen Hm Natürlich kommt er nicht raus Wäre ja auch ziemlich Ziemlich doof Boah Das war extrem gut Gerade von ihm Boah Und ich schau auf den Punktestand Und sehe ihn nicht So Drei Sekunden noch Für die Heilung Vorher Der macht mir die 29 Leben so schnell weg So schnell kann ich gar nicht Wo ist er immer Er ist echt Sein Name ist wirklich Programm hier Ach so knapp wieder Dann kam die Heilung Oh Okay jetzt 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 Hier bist du Hier bist du Laufstiefel Und Yes 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 Komm ich muss Ich muss jetzt noch einen Kill machen Ohne zu sterben Bitte Komm 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 Bitte Das wird's Das wird's jetzt Bitte Nein Hängen geblieben Wo bist du Wo bist du Ja 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 7 zu 7 7 zu 7 Oh mein Gott Oh jetzt Jetzt Schilling hat wieder Chancen Schilling hat wieder Chancen Aber er weiß Dass ich jetzt wenig AP habe Und alle Heilungen genommen habe Ja Ja Das war wieder gut Boah Beziehungsweise Da hatte ich Glück Oh Komm 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 Nein Nein Oh mein Nein Das war so knapp Schnell Jetzt hat er nicht mehr viel Leben Jetzt gleich Warpiece Und Ab geht die Post Ab geht die Post Wo bist du Wo ist er Wo ist er Oh Ich wusste Er hat nicht mehr viel Leben Und sein Heiltrank kann noch nicht wieder aktiv sein Oh Gott 8 zu 8 Puh 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 Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Nein 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 Und er führt wieder Es ist immer Er führt immer Oh einen Punkt Oh Oh Rückzug Rückzug Ich höre keine Schritte Jetzt 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 Oh Gut Gut Das war zwar Knappcampen Also ich habe extra gewartet Aber hey Was hätte ich sonst machen sollen Oh meine Rüstung ist weg Und er führt wieder Er macht es mir immer so schwer Oh Gespenst Ich weiß gar nicht in welchem Clan war der Prestige glaube ich Ich habe ihn doch hier Hier gerade Oh Jetzt habe ich mich verraten Ich glaube Prestige war das Oh Nein 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 Er ist sicher Oh Ah Nein Jetzt führt er um 2 Jetzt habe ich es Jetzt ist es schon aus und vorbei Aus und vorbei Eine Minute und er führt wieder um 2 Er macht das immer Oh So gemein So huns gemein am Ende Nein Komm Oh Glück gehabt Meine Heilung ist weg Komm Ein Kill bitte Ich will zumindest einen Gleichstand Oh Oh Er kommt immer so schnell Oh mein Gott Das ist echt gut Das muss ich auch mal machen Wenn er weiß Dass ich nachlade Oh Jetzt Vergiss es Vergiss es Mann Okay Das bringt Oh Das bringt gar nichts Das bringt gar nichts Außer dass er jetzt weiß Wo ich bin Wappies 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 Meine sind nicht da Meine sind nicht da Wo ist er Oh Ja 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 Gespenst Oh Nein Da könnte ich echt weinen Da könnte ich echt weinen So knapp Da könnte ich Da kommt Da kommt mir echt Tränen Und schon wieder 13 Sekunden Jetzt komm Komm 9 8 Gib mir den Gleichstand Gib mir den Gleichstand Gib mir den Gleichstand Nein 14 14 14 12 Oh mein Gott Das war echt Mein Herz hat schon lange nicht mehr so gepumpert bei Brickforce Also solche Momente hatte ich schon länger nicht so echt richtig spannend Das war echt Aber wieso bekommt er doppelte XP nur weil er gewonnen hat das ist echt das Punktesystem muss man einer durchschauen das ist echt heftig Das ist schon heftig Okay er hat auch mehr Score Naja Woo Nice Auf jeden Fall Hut abgespenst 80,79 KD So Ja ich will jetzt nicht raus Ich kann leider hier meine KD nicht sehen aber es ist bei 70% Woo Das war echt sauber Saubere Runde Hat echt Spaß gemacht Eins gegen eins Gar nicht zu übel wie ich gedacht habe Also das haut schon ordentlich rein Und man sieht ich bin nicht der beste Spieler im Brickforce Also bitte glaubt das nicht immer Ich bin einfach ein Gamer der Spaß am Zocken hat Und ich will das auch von mir gar nicht behaupten Und ganz ehrlich Es wird nie einen Besten geben Weil wenn jemand echt glaubt er ist der Beste Kommt immer einer daher und der ist noch besser Und man muss immer an sich arbeiten Sich immer verbessern Üben 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 Jo Und damit werde ich jetzt erstmal kurz abchillen Weil mein Herz Woo 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 Untertitelung. BR 2018